Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich fange heute tatsächlich mal mit Eats Ego an, also mit mir. Ich nenne das immer so Eats Ego. Denn wir haben hier am gestrigen Abend wieder einen coolen Klangkrieg gestartet. Und das war mal ein außergewöhnlicher, also für mich jetzt außergewöhnlich geplanter Angriff. Denn ich habe zu André gesagt, das klappt nie. Das klappt nicht. Und so habe ich ja noch nie angegriffen, so an drei Fronten. Also da tue ich mich auch ein bisschen schwer. Ihr seht das erst mal, 9 Uhr Luftabwehr raus. Und ihr seht auch unten meine Armee. Ich habe einen Felswerfer dabei, ein paar Drachen, ein paar Loons. Mein Helden hier, der Dicke, räumt hier eigentlich sehr, sehr gut auf. Das heißt also, der Funnel gar nicht mal so schlecht gelungen. Außen lasse ich jetzt um 6 Uhr noch mal einen Drachen mitfliegen. Das war hier außen, die Gebäude vor allen Dingen nicht vergessen. Slammer kam jetzt nicht so gut. Und die Drachen kommen aber ganz gut rein eigentlich in die Base hier. Also Funnel schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt also, ihr müsst das immer sehen an meiner Stärke hier in Clash of Clans auf Rathaus Level 13. Und komme gut in die Base eigentlich rein. Ist das eigentlich zu... Oh, das ist glaube ich ein bisschen zu laut. Und da stört mich auch der Fehler nicht. Allerdings begehe ich jetzt hier gleich bei meinem Fledermaus-Part einen ganz, ganz entscheidenden Fehler. Denn ich habe gedacht, wenn ich hier nur den Magier-Turm weg mache, dann bin ich hier sorgenfrei auf der Ecke. Was Flächenschaden angeht, ist aber nicht so. Seht ihr schon. Der Scattershot und auch der... Okay, der Single-Entfernung ist jetzt nicht so tragisch. Aber der Scattershot setzt mein Bett, setzt derbe zu. Und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Da hätte ich doch einen Doff riesen sollen. Ich habe gedacht, der wäre nur auf meinem Drachen. Aber zack, alle Fledermaus weg. Und trotzdem noch ganz gut eigentlich gerettet. Jetzt habe ich natürlich die Freeze über, die ich eigentlich hätte unten setzen sollen bei den Magier-Türmen. Hätte, hätte Fahrradschlauch. Was willst du machen? Aber ich glaube, gar nicht mal so schlecht die Taktik. Kann man zumindest was mit tun. Und wie gesagt, für mich war der Angriff eigentlich in Ordnung. Ich hätte den jetzt nicht so wirklich so geplant. Aber jetzt haben wir es so gemacht. Und war jetzt nicht so schlimm, dass das jetzt am Ende nur, ich weiß gar nicht, Ich glaube, 73% werden das noch hier außen jetzt noch im Bogie gesetzt. Da kommen gleich ein paar Skelette raus. Okay. Aber der Drachen lässt sich glücklicherweise nicht ablenken oder so. Sondern der macht seine Sache da weiter. Und so viel ist gar nicht mehr über. Also wenn die Bärs gut durchgekommen wären, dann hätten das durchaus auch drei Sterne werden können. So blieb das bei zwei. Und ist aber nicht so schlimm. Denn wir haben uns ja trotzdem einen guten, netten Ast hier gefreut beim Clan. Spätzle mit Soße. Was damit eigentlich auf sich hat, Das erkläre ich euch in kurzen Sätzen. Also wir haben 98 zu 91 gestern gewonnen. Aber ich zeige euch gleich nur zwei, drei nette Angriffe. Aber kurz mal zu der Geschichte. Wie komme ich, wie bin ich eigentlich in diesen Clan hier reingekommen? Und warum, ich will nicht sagen, warum ich hier jetzt noch bin. Aber ich bin hier jetzt schon gute zwei Jahre. Wir haben gestern Abend mal ein bisschen nachrecherchiert. Ich kann euch eigentlich währenddessen Angriff zeigen. Ich honke. Wir haben das gestern Abend mal ein bisschen nachrecherchiert. Äh, ne. Kriegslog. Und haben dort eigentlich festgestellt, Dass wir hier tatsächlich in my team erstmal, kommen wir mal zum Thema, 400 Siege auf dem Kopf haben. Das ist schon nicht schlecht. 400 Siege auf dem Kopf, also Glückwunsch an die Soßen hier mit einer 7er Siegsserie im Moment. Unser nächster Gegner ist allerdings auch heavy. Und da müssen wir etwas für tun, dass wir die auf jeden Fall halten. Aber ich bin hier reingekommen in den Clan. Ich muss mal eben nach unten scrollen. Ich hatte mir zwei, drei rausgesucht hier. Ja, ich glaube von die war was. Und ich bin hier reingekommen zu einem Event. Das war im Jahr 2018. Ich verlinke euch das mal oben, das Video. Im Jahr 2018 haben wir, hat mich jemand angeschrieben vom Clan Spätze mit Soos, Die ein 50er CK planen mit der sogenannten damals noch Clan Auerhahn Crew. Also so eine Art Partnerclan 50er CK. Haben wir dann auch gespielt. War auch eine sehr, sehr coole Sache. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, clanlos. Das heißt, ich war, glaube ich, noch in einem Clan bei Betheis. War da aber sowieso schon am, ja, mehr oder weniger am liefen. Oder hatte schon den Gedanken, da willst du eigentlich im Moment nicht bleiben. Und bin dann danach, nach diesem Event, in diesen Clan hier reingekommen. Spätzle mit Soos. Das heißt also, es ist jetzt schon fast zwei Jahre her, wenn ihr in meine Playlist reinschaut. Das war im Mai, circa, ja doch Mai 2018. Und das schon, wie schnell diese Zeit hier vergeht bei Clash of Clans. Also zwei Jahre jetzt schon Spätzle mit Soos. Und das ist jetzt für mich, glaube ich, auch, ich glaube, es ist mein längster Clan nach True Warriors, wo ich ja auch sehr, sehr lange drin war. Wenn man jetzt bedenkt, dass ich das Spiel seit 2014 spiele, dann sind schon mal vier Jahre, kann man fast sagen, in zwei Clans weg. Und das finde ich eigentlich gut. Und ja klar, warum bin ich eigentlich noch hier? Mit meinem Main-Account, mit den anderen Accounts, ja nicht mehr. Denn wir nehmen ja ausschließlich Rathaus 13 an. Oder spielen auch nur noch Rathaus 13 hier. Wir haben keine anderen Rathäuser mehr, die mit uns in die Klarkriege gehen. Wir haben unten immer noch so ein paar, aber im Moment haben wir halt nur 13er. Und das ist auch gut so. Wir spielen hier 30er, 40er CKs. Das ist sehr, sehr geil. Und das Gefühl passt nach wie vor. Denn, man höre und staune, ich bin nicht der Älteste. Das ist ja sehr cool. Ich bin hier weit, längst nicht der Älteste. Ich bin aber auch nicht der Jüngste. Ich bin so in der Mitte, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, ist vielleicht nicht ganz richtig. Vielleicht doch so ein bisschen in den oberen Rängen, was das Alter angeht. Aber ist nicht schlimm. Viele kennen sich hier. Einen habe ich auch, einer begleitet mich hier schon ganz, ganz lange. Das ist der Swash. Denn mit dem war ich schon bei True Warriors. Mit dem war ich dann, glaube ich, bei Bad Taste. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber wir sind dann auch, der Swash ist hier damals mit reingekommen. Ihr könnt euch sicherlich noch an Mastengo erinnern, an den Tobi, mit dem ich auf der Loge Clash in Köln war. Der war hier auch mit drin eine lange Zeit. Und irgendwie haben die Leute entweder hier aufgehört, Clash of Clans zu spielen oder spielen halt was anderes. Aber Matze ist hier die ganze Zeit also der Swash. mit mir hier geblieben. Und ich glaube, auch da passt das Gefüge nach wie vor. Das Coole ist, ich blende euch das gleich mal ein. Ich habe gestern Abend noch ein Screenshot gemacht, dass hier auch vor allen Dingen den ganzen Tag über, 24 Stunden kann man wirklich so sagen, Aktivität ist. Das ist, ich meine, das gibt es in anderen Clans auch gar keine Frage. Je nachdem, wie du so aufgestellt bist. Aber wir sind ja meistens ältere und jüngere Menschen, die natürlich auch oder wo fast jeder Familie hat mit Kindern und jeder steht fest im Job und so weiter. Je nachdem, was man da macht. Ob das jetzt ein Schichtarbeiter ist oder mein Telefon geht. Cut. Telefon ging. Lecker Mittag gehabt. Habt ihr jetzt nicht mitgekriegt. Mir war jetzt eine längere Pause. Aber ich glaube, ich habe eben mit dem Euder aufgehört. Mit dem Euder hatte ich aufgehört. Kann aber sein, dass das auf eine andere Base war, oder? Ja, ich glaube, es war auf eine andere Base. Ich sehe das jetzt gerade. Aber ist nicht so schlimm. Nehmen wir ruhig mit hier. Jo, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben. Spätzchen mit Soos, zwei Jahre und so weiter. Also irgendwann im Mai 2018 ging das Ganze los und hält ja auch bis heute. Aber auch unsere kleine Serie jetzt innerhalb der zwei Jahre haben wir jetzt auch 200 Klankriege gewonnen hier. Was nicht schlecht ist, wir gehen gleich mal so ein bisschen in die Gesamtstatistik. Ist ja auch immer mal ganz interessant. Das heißt, wenn ihr das Video, was ich euch zu Anfang verlinkt habe, schaut, da werdet ihr sehen, da hatten wir, glaube ich, 196 Siege und einen kleinen Streak von zwei Siegen, glaube ich. Und damals war es noch so, da steht twice a week. Das heißt also, die Städte haben hier zu Anfang, wo wir reinkamen, nur zwei Klankriege pro Woche gespielt. Da sind wir natürlich ziemlich schnell auf die Barrikaden gegangen, um da hier durchzusetzen, dass wir hier Dauerclankrieg spielen. Wir spielen ja seitdem Dauerclankrieg und also abgesehen jetzt, dass mal natürlich eine Liga Woche ist und so, wo man ja auch Klankrieg spielt. Aber ich glaube, wir haben hier so gut wie keinen wirklichen Tag ausgesetzt, wo wir nicht wenigstens ein Zehner spielen. Mittlerweile, Christa, die sieht sich ja raus, dass wir hier schon sehr große Klankriege spielen, weil natürlich auch sehr viele Leute mit ihren Helden vor allen Dingen fertig sind. Und sobald du ja eigentlich alle drei Helden durch hast, kannst du eigentlich Dauerclankrieg spielen. Außer du hast mal dann geschäftlich keine Zeit oder hast vielleicht dann auch mal zwei Tage absolut keinen Bock auf Clash of Clans. Was ja auch mal vorkommt und wo du einfach sagst, komm, ich brauche mal eine kleine Pause von den CKs hier. Hier gibt es immer so den einen oder anderen, wo man sich dann wundert, ja, warum ist denn der eigentlich rot und dann brauchst du eigentlich auch nicht nachfragen. Irgendeinen Grund gibt es da sicherlich für. Aber ansonsten spielen wir, war dies hier ja auch ein 30er Klankrieg, der nächste wird jetzt ein 40er Klankrieg. Finde ich richtig, richtig cool. 50er werden wir, wo wir nicht spielen hier. Das liegt halt daran, dass wir unten noch so ein paar kleinere Radhäuser haben. Also ich glaube ein 11er und ein 12er oder sowas. Und im Moment sind wir hier aber, das ist auch zu meiner Überraschung, im Moment sind wir hier sehr, sehr viel und also weit über 50. Natürlich nicht in dem Clan, sondern so ein bisschen verteilt. Auch einige spielen HCWL, einige haben jetzt ESL auch gespielt, alles in anderen Clans und dann sind die natürlich nicht vor Ort. Aber deswegen haben wir gestern Abend auch mal wieder darüber geredet, dass Supercell vielleicht die Clans hier größer machen könnte oder so, weiß ich nicht, so eine Aufstockung. Es fielen da so Zahlen 75 oder 70. Irgendwie so, wie man das dann regelt mit den Klankriegen, dass man die jetzt nicht dann auch auf 60, 70 hochsetzt, sondern eher sagt, es bleiben 50er Klankriege, aber 70 Leute dürfen in den Clan rein oder vielleicht sogar mehr. Und dass es dann irgendwie so Optionen gibt, wo du nicht nur anhand der Rot-Grün-Stellung sagen kannst, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei, sondern wo auch nochmal der Leader sagen kann, die 50 gehen mit in den 50er Klankrieg und die 20 oder 25 oder 30, je nachdem, bleiben davon fern. Davon sind ein paar Rote und ein paar Ausgewählte. Also irgendwie so kann man sicherlich da Regelungen finden, dass man jetzt eine Regelung findet, dass man sagt, pass mal auf, du warst in einem Klankrieg mit dabei, so wie jetzt bei den Supertruppen und jetzt darfst du erstmal einen nicht mit. Das heißt, der nächste Klankrieg ist für dich nicht auswählbar oder du kannst deinen Teammate nicht auswählen. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Es sollte schon jeder die Chance haben, auch hier Dauerklankrieg zu spielen, Dauer zu üben und Dauerspaß zu haben vor allen Dingen. Und den hatten wir hier vor allen Dingen gestern Abend, wo wir so ein bisschen halt in Nostalgie geschmeckt haben. Zwei Jahre fast jetzt der Toto hier bei Spätze mit Soos und zu einer Negativserie, glaube ich, bin ich damals hier reingekommen und dann ging es aber stetig bergauf. Wir sind jetzt vom Clan-Level nicht so hoch. Also ich würde mal sagen, in der Zeit, wir waren damals Clan-Level 11, kann man sicherlich ein bisschen mehr machen. Das kommt aber immer ganz darauf an, was du auch für große oder halt kleine Klankriege spielst. Und es gab hier halt auch, es gibt wie in jedem Spiel, es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten, wo du halt mal mit ein paar Leuten mehr und mal mit ein paar Leuten weniger Klankriege spielst. Weil halt gerade, wo jetzt die Liga kam oder immer, wenn eine Liga ja beendet ist, dann sind erstmal viele auf Rot, weil sie ihre Helden leveln und die Medaillen werden ausgegeben. Der ganze Loot wird ausgegeben. Dann sind die ersten Klankriege erstmal wieder ein bisschen dünner. Hier jetzt nicht mehr. Wir haben gleich nach der Liga wieder mit 25, 30er losgelegt hier. Und das finde ich sehr, sehr cool. Muss ich sagen, dementsprechend geht das hier auch immer ganz nett ab. Vor allen Dingen auch im Discord. Lass uns mal gerade was gucken, ob ich das Bild eigentlich für euch finde. Ja, ich finde das Bild für euch gleich. Ich finde das Bildchen gleich für euch. Und da kann man dann auch mal so ein bisschen so die Aktivität in so einer High-Phasenzone des 1.CKs sehen. Denn gerade so zwei, drei, vier Stunden vor Schluss treffen sich dann doch schon extrem viele Leute im Discord und planen Angriffe und gucken, wo wir noch was machen können. Und in den letzten war es immer so, dass wir immer erst zurückgelegen haben, auch was drei Sterne vor allen Dingen angeht, dann aber doch noch richtig, richtig abgegangen sind. Was mich natürlich super freut hier. Und es gibt hier auch heftigste Angreife. Ich glaube, den Smith hatte ich letztes Mal schon mit in der Folge. Ich glaube, Franky habe ich jetzt schon länger nicht gesehen, den Alex. Und, aber ich denke, jeder, jeder CK ist auch so ein bisschen zeigenswert. Also es ist immer was Interessantes dabei. Es sind auch gestern mal wieder so uriose Szenen dabei, wo du denkst, nein, das kann jetzt nicht sein. Was geht denn jetzt ab? So eine querlaufende Queen, wo du eigentlich meinst, die kann nur daher gehen und sie tut es nicht. Ja, oder wo du noch eine Truppe vergisst oder ein Lager vergisst. Also wir hatten gestern auch wieder unheimlich viele 99er dabei oder auch 97, 98%ige, wo echt nur irgendwo ein Lager stehen geblieben ist, wo der dann, da hat man dann den Blick in dieser Base hier verloren, um die Truppe dann noch zu setzen, dass es der endgültige drei Sterne auch in der Zeit wird. Waren alles Time Fails, was immer sehr, sehr unglücklich ist. Aber was auch freut, ihr seht das hier auch so ein bisschen, es wird ja auch sehr, sehr flexibel angegriffen, also nicht unbedingt mit den klassischen, ich sag mal Yeti Smash oder Yeti Bowler Hexen, doch Yeti Bowler Hexen oder Yeti Bowler Pekka, also Pekka Smash und beziehungsweise ohne Yetis dann der Pekka Smash und sondern, dass hier zum Beispiel mit Only Miner angegriffen wird. Ich habe auch, ne, mein zweiter war auch Only Miner und auch das kann man oder sollte man zumindest immer mal wieder machen, dass man auch eine Truppe nutzt, die man unter Umständen in den Klankriegen eher weniger benutzt, aber vielleicht beim Kollegen, der jetzt einen Zweisterner geholt hat, noch das i-Tüpfelchen rausholt aus einer Base und dann baut man in der Regel die Truppen nach, verändert vielleicht was ganz, ganz Kleines, was weiß ich, ein Magier mehr mitnehmen, dafür ein Miner weniger und noch ein Bogie oder zwei Bogies dann dabei. Also so kann man das sicherlich dann immer regeln und dann wirst du auch so ein bisschen dahin gezwungen, mal immer wieder eine andere Armee zu benutzen, damit, ähm, man nicht ganz einrostet auf irgendwelchen Strategien. Also ich war jetzt ein bisschen eingerostet aufgrund der GML, muss ich ganz klar sagen, aufgrund der, nicht der GML, der CWL, ähm, muss ich ganz klar sagen, da waren für mich immer sichere zwei Sterne natürlich mit dem Yetis-Mash und, äh, wenn es dann drei geworden wären, sind es ja leider nicht, ich habe ja auch einen 99er in der Liga hingelegt, dann ist das natürlich super, aber, ähm, wenn man heftigst, heftigst kämpft und will unbedingt auch den dritten rauskriegen, dann muss man manchmal auch ein bisschen, ähm, bisschen, ähm, bisschen was riskieren und alles in eine Waagschale setzen, das hat Frank hier sehr, sehr gut gemacht, beziehungsweise der Alex hier, dann sind das hier super drei Sterne gegen fürchterlich komische Bases teilweise, äh, die der Gegner hatte, ich bin jetzt auf den nächsten Gegner vor allen Dingen gespannt, was da auf uns zukommt, denn die spielen auch in Champion 1, auch die, der Clan Spitze mit Soße hier, spielt ja Champion 1, und, ähm, durch die ganz ganzen Wechselline bin, äh, ich dann immer im Clan GSI Warriors, da spielen wir Champion 2, also auch das ist schon, ist schon recht hoch und macht auch richtig viel Laune, man muss unter Umständen immer ein bisschen mehr planen oder halt noch mal einen Plan überdenken, aber ich glaube der Plan hier von Franky war echt lecker. Ja, ich glaube, ich habe das Bildchen gefunden, ihr seht das jetzt da, ne, da, da, da ist das immer, ne, da ist das immer, da ist das Bild, hurra! Und, äh, da seht ihr 27 von 50, also das nenne ich schon mal Aktivität hier im Clan, und, und auch jetzt, ich hatte ja gesagt, eigentlich zu keiner Tag- und Nachtzeit gibt es hier einen Stillstand, denn, äh, durch die verschiedenen Arbeitszeitmodelle auch, äh, Tag-Nachtschicht, Spätschicht, was auch immer, wie man es immer nennen will, ist hier tatsächlich jemand, also du musst nicht denken, wenn du nachts um drei Uhr auf Toilette gehst und ich mach mal schnell mein CK-Angriff, guckt ja keiner zu, das, das, das gibt's hier nicht, das gibt es hier nicht, auch da haben wir gestern herzlich drüber gelacht, ja, wo es immer so Findige gibt, so nach dem Motto, ah, kurz bevor ich ins Bett gehe um drei, da mach ich noch fix meinen Angriff, sieht ja keiner, ne, das gibt es hier leider nicht, ich meine, was heißt leider, ich finde das sehr, sehr gut, also wir haben hier 400 CK-Sterne und, ähm, gehen wir mal kurz in die Übersicht nochmal rein, äh, wie das eigentlich bei uns im Classic aussieht, wir haben also 400 Wins, 235 Looses, also insgesamt 638 mit den drei Unentschieden, die wir hier haben, da drin in der Statistik ist, glaube ich, dann auch, weiß ich gar nicht, oh, der ist richtig alt hier, 783, Kässpätzle, auch da habe ich gestern drüber gelacht, denn in der Beschreibung von dem Video, was ich euch zu Anfang verlinkt habe, da wurde von diesem Clan gesprochen, Kässpätzle, äh, so als Zweitclan oder Ausweichclan, scheinbar gibt es ihn auch noch, ich weiß es gar nicht genau, und, ähm, okay, das war der einzige Freundschaftsklankrieg hier mal, gegen uns selber, aber sonst sieht das, na, im Moment wieder sehr, sehr gut aus, hier hatten wir jetzt mal eine kleine Phase vor, 1, 2, 3, 3, knapp 4 Wochen, wo wir ein bisschen mehr verloren haben, als eigentlich üblich, und, ähm, aber im Moment sind wir halt wieder auf einer kleinen grünen Spur, ich hoffe, ihr seid auch auf einer kleinen grünen Spur, und das Video hat euch ganz gut gefallen, wenn ja, dann lasst mir jetzt mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, Bloggestellen, dass ihr kein Video mehr von mir verpasst, und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit weiteren Folgen, wenn es dann wieder heißt, der Toto, ciao, ciao, fest. Bis zum nächsten Mal.